Die hier vorgestellten Übungen bilden eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ernsthaft mit dem Thema Achtsamkeit arbeiten können. Übung ist unverzichtbar. Es macht Sinn und hat sich in 2500 Jahren buddhistischer Tradition bewährt, formale Übungen durchzuführen. Das heißt, wir üben unter Non-Stress-Bedingungen in Ruhe und Zurückgezogenheit. Das versetzt uns in die Lage, allmählich auch unter Schwierigeren den Alltagsbedingungen achtsam sein zu können. Eines der wesentlichen Merkmale einer achtsamen Haltung ist, dass man das Tun aufgibt zugunsten des Seins. In unserem Übungskontext heißt das, wir machen nur dann und umso mehr Fortschritte, je weniger wir etwas Bestimmtes damit erreichen wollen. Meditation heißt, intentionsloses Beobachten dessen, was im Inneren geschieht. Genauso bedeutsam wie die Achtsamkeitspraxis selbst ist die Entwicklung eines zuverlässigen Gefühls dafür, wann wir uns spätestens wieder darauf besinnen müssen, achtsam zu sein. Also nicht nur das Wie, sondern auch das Wann hat entscheidende Bedeutung. Wann immer ich aufgewühlt sein oder innere Unruhe entdecke, so ist das unausweichlich ein Zeichen für einen der beiden, nennen wir sie einmal, ungünstigen Geisteszustände, die wir mit den Begriffen Anhaftung oder Ablehnung bezeichnen. Anhaftung bedeutet, dass ich etwas unbedingt haben will. Ablehnung bedeutet, dass ich etwas unbedingt weghaben will. Beide, Ablehnung und Anhaftung, sind ungünstige geistige Bedingungen, die dafür verantwortlich sind, dass Automatismen abgerufen werden. Und diese automatisierten Prozesse sind letztlich dafür verantwortlich, dass Leid entsteht, dass aus einem Schmerz Leid wird. Deswegen müssen wir versuchen, sie loszuwerden, diese automatisierten, intuitiven Prozesse. Was muss dazu geschehen? Wir halten fest. Ablehnung und Anhaftung setzen nachteilige geistige Automatismen in Gang und sind erkennbar an Aufgewühltsein oder Rastlosigkeit. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Überlegung. Um die verheerende Wirkung dieser Automatismen zu stoppen, müssen wir als allererstes ein Stopp Zeichen setzen, in den Einhalt gebieten, die Ampel auf Rot stellen. Das geschieht durch den Schritt des aktiven Nicht-Tuns und die Ruheinduktion. Achtsamkeitsübung 1 Aktives Nicht-Tun und Innehalten Zu Trainingszwecken natürlich immer wieder mal, auch ohne konkreten Anlass. Wir sollten aber immer und grundsätzlich zu dieser Übung greifen, wenn es um leiseste Hinweise auf Aufgewühltsein oder Unruhe geht. Dann versuchen wir, einen sogenannten Atmungsanker zu werfen. Als erstes sorgen wir für einen sicheren und ruhigen Stand, so eine Art geistige Grund- oder Ausgangsstellung. Sie zeichnet sich aus durch Sicherheit, Ruhe, Zuversicht, Stabilität. In den meditativen Disziplinen hat es sich über viele Jahrhunderte bewährt, Kontakt mit der eigenen Atmung aufzunehmen. Man könnte das auch so interpretieren, durch innigen Kontakt zu meiner Atmung ziehe ich mich in einen geschützten Raum zurück. Manchmal wird das auch als Erdung bezeichnet. Vielleicht mögen Sie es sich einmal ganz bequem machen, so wie Sie es eine ganze Weile gut aushalten können. Nicht zu bequem, damit Sie nicht schläfrig werden, aber doch ohne spürbare äußere Spannung. Vielleicht könnte man auch sagen, würdevoll ruhig. Durch das Einnehmen dieser Position setzen Sie rein äußerlich das Signal Kein Tun, Ruhe. Und nun nehmen Sie ganz behutsam Kontakt zu Ihrer Atmung auf. Vielleicht in einer betont liebevollen Weise. Machen Sie das mal. Anlehnen an die Atmung. Zuschauen, wie es in Ihnen atmet. Und mit Wohlwollen zuschauen. Ich lasse Sie eine halbe Minute mit dieser Übung allein und melde mich dann wieder. Ich lasse Sie eine halbe Minute mit dieser Übung allein für Sie. Und mit Wohlwollen an die Atmung. Widerstände Unter Umständen bemerken Sie bereits an dieser Stelle Widerstände. Ja, ganz recht. Das ist ein wenig ungewohnt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Wenn wir aber auf Liebe als wertvolle Kraftquelle nicht verzichten wollen, dann sollten wir genau diesen liebevollen Umgang üben. Nur ein wenig, nichts Überstürztes. Also wieder für 30 Sekunden Kontakt zur eigenen Atmung aufnehmen. Liebevoll, vielleicht mit so etwas wie einem halben Lächeln auf dem Gesicht. Ich melde mich dann wieder. Das ist eigentlich einfach, aber nicht unbedingt leicht. Vielleicht disziplinieren Sie sich so weit, dass Sie bei diesem Beobachten Ihrer Atmung nicht eingreifen, nicht betont tief und lang oder langsam atmen, sondern so wie Ihr Körper das braucht, nicht Ihr Geist. Wieder 30 Sekunden Atmungsbeobachtung, liebevoll mit einem halben Lächeln, ohne einzugreifen. 30 Sekunden ab jetzt. Wenn Sie in dieser Weise die Rolle eines neutralen Beobachters einnehmen, wird es Ihnen schon nach kurzer Zeit so vorkommen, dass es in Ihnen atmet. Es atmet in Ihnen, und zwar ganz nach den Bedürfnissen des Körpers, Ihres Körpers. Wieder bitte 30 Sekunden atmen, liebevoll zuschauen, halbes Lächeln. Keinerlei Kontrollbemühungen. Schauen, wie es in Ihnen atmet. Ab jetzt 30 Sekunden. Und ich melde mich wieder. Haben Sie bemerkt, dass der Geist sofort abdriftet und sich eigene Wege sucht, hin und her springt und unruhig wird? Das ist völlig normal. Es zeigt uns, wie schwierig Konzentration ist. Das ist ein Indiz dafür, dass noch ganz schön viel zu tun ist auf dem Weg zur Achtsamkeit. Das wird aber auch in fortgeschrittenen Stadien passieren, nur nicht mehr so häufig und auch nicht mehr so intensiv. Wir reagieren auf so etwas gelassen, so gelassen wie möglich und ohne Selbstkritik. Nur zur Kenntnis nehmen, ich bin abgelenkt und kehre in der Form freundlich, aber kompromisslos zurück zur Atmungsbeobachtung. Und wieder werde ich 30 Sekunden Atmung beobachten, halbes Lächeln, keine steuernde Funktion einnehmen, schauen und bei Ablenkung freundlich und hartnäckig zurückkehren zur Atmung, ohne mit sich zu hadern. 30 Sekunden. Ab jetzt. roll-up- Play- 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 day- Wir erinnern uns, bei Wahrnehmung innerer Unruhe und immer dann versuchen, diesen Atmungsanker zu werfen. Manchmal wird es Ihnen so vorkommen, als würde durch die Atmungsbeobachtung kein Schutzraum, sondern nur so eine Art Unterstand aufgesucht. Der Donner und Hagel draußen ist als Kälte und Zugluft spürbar. Dann sollten Sie weiter hineingehen in den Schutzraum. Wie mache ich das? Nun, die Beobachtung lässt sich intensivieren. Ich schaue mir nicht nur an, wie es da in mir atmet, sondern ich nehme wahr, dass da der Bauch sich weitet beim Einatmen, am leichtesten spürbar an der passiven Bewegung meiner Hand, wenn sie auf dem Bauch ruht. Legen Sie ruhig mal eine Hand auf Ihren Bauch und beobachten Sie die Bewegung. Und beim Ausatmen, diesem passiven Ausströmen der Luft aus dem Brustkorb, sinkt die Hand. Ein und aus. Heben und senken. Wir üben das mal. Schauen. Halbes Lächeln. Nicht steuern. Immer wieder zurückkehren. Und jetzt vertiefen durch beobachtende Atemzyklen ein. Ein und aus. Sie schaffen das. Nur noch 30 Sekunden ab jetzt. Bis zum nächsten Mal. Und indem wir uns bei Turbulenzen in den Schutzraum zurückziehen, so weit und so lang, wie es uns gut erscheint, sehen wir alles andere als draußen. Weniger bedrohlich, weniger bestimmend. Durch den Rückzug auf unsere Atmung im richtigen Augenblick, nämlich dann, wenn wir innere Unruhe wahrnehmen, lässt sich Distanz schaffen. Wir sind am Ende dieser Übung angekommen. Nun ist etwas ganz Wichtiges geschehen. Der Impuls, der automatisierte Muster abrief, agiert jetzt nicht mehr zu unserem Nachteil. Wir sind zunächst einmal in eine stabile Position gegangen. Aktives Nicht-Tun. Innehalten. Es mag sein, dass Sie dieses Nicht-Reagieren als sehr schwierig empfinden, dieses Innehalten, das aktive Nicht-Tun, den Rückzug auf die Atmung. Die Schwierigkeit, die Sie damit haben lässt, grob das Ausmaß erahnen der Bedeutung solcher automatisiert ablaufender Prozesse. Denken Sie daran, dass dieser geschützte Ort immer in Ihrem Geist verfügbar und jederzeit zugänglich für Sie ist. Sie selbst bestimmen, ob Sie sich von etwas hineinziehen lassen oder ob Sie es einfach nur von diesem sicheren Ort aus beobachten. In der Gewissheit, dass Sie gar nicht reagieren müssen, sondern einfach nur da sein können und atmen. Ein und wieder aus und ein und wieder aus. Niemand, absolut niemand kann Sie zwingen zu reagieren. Sie müssen einfach nur atmen und beobachten. Atmen und beobachten. Sie sind dann im Hier und Jetzt prima. Das erste Ziel ist erreicht. Herzlichkeit